Was war das komischste, was ein Kind euch gefragt hat? Gab es schon Strom, als du klein warst? Ich bin 22, kann ich deinen Fernseher haben, wenn du stirbst? Ich hatte mir gerade einen neuen Fernseher gekauft und mein kleiner Cousin war bei mir, ich war zu der Zeit 23. Mein Neffe hat mich mal gefragt, ob er seine Kaka auf Ebay verkaufen kann, um mehr Geld für Süßigkeiten zu haben. Meine Tochter hat mal eine Fremde gefragt, ob ihre Wagen aber hart ist. Mein dreijähriger Neffe fragte mich, wie alt seine Großmutter ist, Als ich ihm sagte, dass sie 94 ist, fragte er mich, warum sie noch nicht gestorben ist.